Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hallo meine Lieben, die heutige Geschenkidee ist dieses hier und zwar selbstgemachte Anhänger für den Weihnachtsbaum oder vielleicht auch für Geschenke einfach ein bisschen mit dranhängen. Und ich habe die jetzt fertig gegossen, habe sie schon bemalt und will dann später mit meinem Drehmüll ein Loch reinmachen, eine Schraube reindrehen und dann eben ein kleines Bändchen dran machen, sodass ich sie eben aufhängen kann. Ja und die funktionieren theoretisch ganz einfach und wie das zeige ich euch. Ihr braucht Modelliermasse, also Gips, den bekommt ihr im Baumarkt und so anderthalb Kilo kosten knapp drei Euro. Ihr braucht Leitungswasser, eine Schüssel sowie etwas zum Verrühren und ich fange auch direkt gleich an und packe mir hier jetzt Gips hinein. Und natürlich braucht ihr noch eine Gießform. In diesem Fall habe ich eine weihnachtliche natürlich genommen und da sind drin dann solche Schneemänner, Renntiere und so einen Schlitten mit ein paar Geschenken drauf. Die braucht ihr natürlich auch noch. Und jetzt stoppe ich mir mein Gips und mache mir da einfach Wasser drauf. So und dann fange ich an, das Ganze schön zu vermischen und das war viel zu viel Wasser. Ihr braucht nämlich nur ein Teil Wasser und zwei Teile Gips. Es geht aber ein bisschen besser, wenn der Gips ein bisschen dünner ist. Es dauert dann zwar länger, bis er ausgehärtet ist, aber er lässt sich halt besser verarbeiten und ihr habt ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze zu gießen. Ja, ich würde euch vorschlagen, kippt euch einen kleinen Schluck Wasser rein und dann packt ihr das Gips langsam dazu. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr nicht zu viel anmischt, weil das hier wird jetzt doch ein bisschen viel sein. Ist aber nicht so schlimm. Dann schnappe ich mir noch eine andere Form und gieße mir noch was anderes. Ja, das kennt man ja schon vom Resin gießen, dass man da immer zu viel hat. So, dann schnappe ich mir hier so ein hässliches altes Tuch, pack das hin. Ich hole mir gerade noch mal einen Löffel, damit ich es hier besser einfüllen kann. Oder ich probiere mal, ob das funktioniert hier. Das lag hier gerade so rum. Scheint zu funktionieren, wird aber nicht lange funktionieren, glaube ich. Also immer nur so lange, wie der Gips noch wirklich schön weich ist. Aber dann hat man auch nicht so eine Sauerei. Ja, das gefällt mir ganz gut. Also den Gips lieber sehr dünn anmischen, sodass er sich eben mit so einer Spritze hier auf oder mit so einer Pinzette auffüllen lässt. Oder aufziehen. Und dann könnt ihr hier schön in eure Form reingießen. Und dann habt ihr nachher nicht so eine Sauerei. Ja, und so befüllen wir jetzt alle unsere Teile. Wenn ihr jetzt alle Figuren befüllt habt, dann wird das Ganze noch ausgehärtet. Und zwar über Nacht am besten, dass es wirklich richtig aushärtet. So, dann nehmt ihr eure Teile aus eurer Form raus und malt sie noch an. Und fertig sind eure Figürchen. Ja, und wie gesagt, entweder verschenkt ihr sie so und klebt sie vielleicht irgendwie auf dem Päckchen noch mit drauf oder ihr bohrt euch oben ein kleines Löchlein rein, macht eine Schraube rein. Und also so eine Öse. Wo habe ich denn sowas hier? Sie, genau. Hier zum Beispiel diese. Einfach mit reinschrauben und schon könnt ihr sie irgendwo noch mit anhängen. Ja, und dann habt ihr eine süße kleine Weihnachtsdeko entweder für euch selbst oder zum Verschenken. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Idee gefallen und vielleicht habt ihr Lust, eure Lieben auch mit so etwas zu beschenken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Musik 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 Musik